Das war in-game, oder? Hi, hallo, willkommen. Wir werden uns bleu-kops 2 geholfen. Zombie-Maus mit v-messert ihr. Und in Welle 1 wollen wir messern. Oh, okay. Die Mausgeschwindigkeit ist sehr hoch. Ich glaube, das will man nicht, oder? Die Mausgeschwindigkeit ist ziemlich flott am Anfang. Was ist denn das? Ich dachte vorhin, das wäre von draußen. Wir können die Fans reparieren. Wir müssen verhindern, dass die Zombies reinkommen. Wir bekommen Punkte, wenn wir die Fans reparieren. Das heißt, das sollten wir bei Gelegenheit machen. Und wenn wir Punkte haben, können wir weiter voranschreiten. Ich habe den Zombies aus Black Ops 2 nie gespielt. Ich bin tot, hallo, hilfers. In dem Moment, wo du sagst, das. Mann, Mogi, komm doch rein, du Jungen. Geht's dir gut? Ja, ja, alles gut, alles gut. Solange ich wiederbelebt werde, ist ja alles in Ordnung. Maeve, wie siehst du aus? Ich dachte kurz, du bist auch ein Zombie. Ja, das dachte ich vorhin auch. Wie siehst du denn auch? Ich werde dich wieder ausziehen. Leute, hier brechen die mal rein. Natürlich brechen die rein, das sind die Zombies. Oh, wir können das verbarrikadieren. Oh mein Gott, Johnny sieht aus wie Johnny in Wirklichkeit, ey. Was? Ah, tut der? Kann mich auch nicht sehen. Wo ist er denn? Oh ja, er sieht aus wie Johnny. Sollst du ein Schnurrbart wachsen lassen. Sieht Mogi so aus, wie ich? Nee, Schnurrbart ist schon. Schnurrbarte? F für Teil. Au, der hat mir wieder wehgetan. Vorher bin ich schon mal im Fenster gestorben. Wir benötigen eine Energiequelle. Okay, wir brauchen hier irgendwie eine Batterie oder sowas. Ja, wir können gleich, äh, wir können, glaube ich, gleich mal eine Tür öffnen für Punkte. Ah, fuck, wir brauchen eine Energiequelle. Nee, wir müssen den Strom einschalten, genau. Wo schalten wir den Strom ein? Und wenn wir den Strom eingeschaltet haben, dann kriegen wir hier Quick Revive. Die Eismaschine ist nämlich kaputt. Wir müssen die Eismaschine reparieren. Die Eismaschine. Und kann mal jemand rausgehen und ein Auto knacken, dann haben wir vielleicht eine Batterie. Wir können die Tür öffnen, oder? Oder nicht? Vielleicht schon, Maeve. Let's go. Ich habe mal eben eine MP4 geholt oder was auch immer. Tür ist offen, Freunde. Ich bin, glaube ich, in Gefahr. Warte mal, welche Tür hast du geöffnet? Na, die nach draußen. Da ist Maeve. Die sind nach draußen. Guck mal, das ist ein Busfahrer. Maeve, bleib bloß vorsichtig. Ich habe eine Nuke gefunden, war alle tot. Was war das? Oh Gott, was war das? Was ist passiert? Ich habe eine Nuke gefunden. Das gibt dicke Punkte. Beziehungsweise, wir haben direkt die Welle gewonnen. Okay, wir sollten besser abhauen von hier. Ist das der Busfahrer? Wo seid ihr? Kommt mal in den Bus. Ich glaube, ich will mir eben eine Waffe kaufen. Wer ist denn der? Der Busfahrer. Ich weiß auch nicht. Es ist verboten, mit dem Busfahrer zuhauen. Wollt ihr euch vielleicht auch mal eine Waffe kaufen? Ich habe mir eine Waffe gekauft. Gerne, wo denn? Achso, Waffe. Drinnen war an der Wand einer. Hier draußen vielleicht auch irgendwo. Die habe ich gesehen, aber die waren alle schon weg. Oh, hier ist eine. Du bist in den Feuer gelaufen. Ich bin gut. Nein, au, au, scheiße. Oh, oh. Äh, will mir jemand helfen? Ich bin unterwegs, bin unterwegs. Das gibt Punkte, das gibt Punkte, das gibt Punkte. Ich habe kein Geld mehr. Du kriegst jetzt mal eine Spritze in den Oberarm. Ah! Vorsicht, da kommt ja viele. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Warte, warte mehr. Nein! Nein, das war Feuerarm. Das waren zu viele. Ja, Mogi. War ich der letzte? Starke Runde 3. Damit habe ich nicht gerechnet, dass plötzlich so viele Zoffen ist. Ich möchte anmerken, ich habe ein bisschen mehr geleistet als der Rest. Hey, hey. Ich war nicht dabei, okay? Beim nächsten Mal bleiben wir zusammen. Ja, wir müssen uns natürlich jetzt ein bisschen einfinden. Dass jetzt Runde 2 direkt übersprungen wurde, war natürlich ungünstig. Wenn das hat er so klein aus, muss ich so viel einstürmen, oder? Was? Was wollen wir denn sonst machen? Da drinnen warten, oder was? Hey, ich weiß, was hat es nochmal verletzt? Wir müssen, wir sollten schon weitergehen. Der Busfahrer macht das so einen Stress. Das heißt, der will, dass wir kommen. Ich glaube, wir sollten das erste Mal noch nicht. Wir gehen auch nicht so schnell. Also am Anfang einmal Messer anrechnen, die zu killen. Es gibt keinen Grund, jetzt Bistolenmunition zu verschwenden. Ja, ich habe auch nicht geschossen mit Pistolen. Ich finde sowieso, die Pistolen echt scheiße. Ich sage, das ist nur ein gewisser Brillenträger hier. Was muss ich machen? Das habe ich nicht verstanden. Ja, nicht scheiße spielen. Nee, womit kann ich die töten? Ich dachte, ich habe nur eine Pistole. Nein, was ist besser? Ja, wo? Ey, die klauen nicht die Bretter, die Schweine. Woher wisst ihr das? Das ist in jedem Shooter so. Ja, genau. Aber ihr wisst doch, dass ich keine Shooter gespielt habe. Also nicht eigentlich. Er hat es dir erklärt, Johnny. Du müsstest mich komplett durchkennen. Nee, nee, schon, okay. Er weiß es ja jetzt mit V-Messern. Jetzt weiß es. Ich lasse mich doch nicht auslachen, wenn ich ein Spiel nicht kenne. Was ist das denn? Es war nur lustig. Okay. Ich habe dich nicht aus. Okay, doch. Ist nicht lustig. Ich fand das auch nicht lustig. Doch, doch. Du hast mitgelacht. Jetzt tut man nicht so. So stark verbarrikadiert. Was haben wir hier? Olympia. Ist das eine Shotgun? Die habe ich in der Hand. Ja, es ist eine Shotgun. Oh, yeah. Jetzt geht es los. Jetzt gibt es aber Rambazamba. Sag mal, wie hat man die Tür aufgemacht? Der Junge hat einen Kaliber. Aber da muss man 750 Punkte bezahlen für. Ah, shit. Ich habe eine Waffe gekauft. Ich dachte, da braucht man die Energiequelle dafür. Ich kann es mir auch nicht leisten. Scheiße, ich habe kein Geld mehr. Alles, Mogi. Was ist das denn jetzt? Ich habe auf dich geschossen. Tut mir leid. May, du bist schon wieder tot. Das ist schon wieder das erste Mal tot. Ja, stimmt. Aber hier, ich war jemanden. Letzte Runde müsstest du auch gestorben sein. Hat jemand einen Juck gefunden? Das war ja vorbei. Irgendwas ist hier passiert. Jungs, ich gebe eine Tür aus. Okay. Okay. Okay, wollen wir dann trotzdem in den Bus? Was willst du denn in den Bus? Weiß ich nicht. Da kommen dann die Zombies und... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist generell nicht ganz, wo wir uns am besten... Der Bus fährt auf jeden Fall los mit uns. Ohne den Bus können wir hier nicht weg. Wo sind wir eigentlich? Vielleicht müssen wir da Punkte zahlen oder so. In Nordamerika? Ja, irgendwo. Lass mal einsteigen und dann bezahlen wir den. Ah, was? Wir können den nicht bezahlen. Leute, das Zeug da, das ist Lava oder so. Du meinst, das Feuer ist Lava? Nee, das... Hier, guck mal. Das Zeug hier. Okay, ich glaube, er hat es mir gerade erklärt, was wir machen müssen. Und was? Das Problem ist, ich habe kein Wort verstanden, weil die hier so was drin ist. Boah, ich... Munition! Scheiße. Leute? Wer ist denn da tot am Boden? Wer ist denn da tot? Ich muss den Niesen und ich kann mich gar nicht konzentrieren. Bin unterwegs, bin unterwegs, macht der keinen Stress. Danke, Mogi. Bumm! Ich muss jetzt da kommen Zombies in den Bus rein. Zombies im Bus? Zombies im Bus. Oh, doppelte Punkte. Boah! Scheiße! Fully! Fully, ich komme! Doppelte Punkte, die gönne ich mir. Ich verschätze das Messer. Ich darf nicht messern, ich muss schießen. Ja, an dem Punkt ist das Messer. Ah! Boah! Ich bin drin! Warte auf mich! Halt! Jungs! 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 Jungs, wir haben Jungs verloren. Ich glaube, ich sterbe hier. Ja, war das mit Jungs. Du kommst riesig und wieder zurück ins Leben, wenn wir überstehen, Jungs. Keine Sorge. Ich war eigentlich noch im Bus und dann bin ich ausgestiegen, weil ihr da nicht wart. Ich mag's, das ist schon die der war, der aber gesagt hat, lass doch mal den Bus gehen. Ja. Schau doch, schon die der ist da. Das hat er einfach losgefahren. Aber es sind Zombies unterwegs, was machen wir denn dagegen? Okay, wir sind jetzt da. Oder? Kommt ihr, oder? Ich schau mich nicht so an. Wir können nicht kommen, wir fahren mit dem Bus gerade irgendwo hin. Ich glaube, ich kriege irgendwie auf diesem geschwolzten Lava-Zeug. Oh, oh, ich habe Schaden genommen. Hab mich erwischt. Oh, hier vorne, genieße doch mal die Busfahrt hier vorne. Ich kann die Busfahrt nicht genießen, wir werden angegriffen. Ja, ich kriege gerade so vor mich hin. Ich weiß nicht, was das heißt. Johnny ist rot. Ja, Johnny ist bald tot. Man hat nur eine ganze Zeit, um ihn zurück ins Leben zu holen. Ja, ich bin los schon. Er kommt dann nächste Runde wieder zurück. Johnny, wir kommen zurück. Ich bin wieder da. Wir sind ja nicht bald da. Bei dem Diner sind die Busch. Wir sind da. Wir sind da. Guck mal, bei dem Diner da oben steht die Buschstaben. Da steht einfach nur die. Das ist Feuer, passt auf. Au, au, Feuer. Clever. Ich habe extra, ich habe beim Testen eine Map. Bei der war Feuer und da habe ich gesagt, wir werden nicht die Map mit dem Feuer spielen. Jungs, ich wollte gerade sagen, die Tür gibt es nicht. Oh, eine MP5. Und ich hatte genau 1000 Punkte übrig. Oh, ich glaube, die Sounds gefallen mir nicht. Ich habe ein bisschen Angst um Munition. Kann man irgendwann neue kaufen? Du kannst, wenn du Waffe kaufst, kannst du Munition wieder auffüllen. Also, du musst ein bisschen aufpassen. Das ist für mich verarscht, das stirbt nicht. Autsch. Die halten sich nicht mehr aus. Kann ich euch anschießen? Muss ich aufpassen, euch keinen Schaden zu machen? Irgendwas habe ich getötet. Ah, scheiße. Jungs. Ich nehme mir das Zombie daneben, der Schädel hätte ich getötet, ne? Der liegt im Juke. Soll ich die nehmen? Ja, natürlich. Und wir haben den Schädel, mit dem one-shotten wir alle. Aber ist eh egal, weil eh alle tot sind. Okay. Bei euch alles gut da drin? Alles perfekt. Also mir geht es wieder gut. Ah, hier kommt dieses Zombie-Geräusch her. Also dieser eine Schrei. Wir one-shotten übrigens noch die Gegner. Den man kennt. Aber nicht mit dem Messer, oder? Doch. Echt? Wie geht es denn bei mir? Wir haben den, solange der Schädel unten aktiv ist, würden wir one-shotten wir sie mit allem. Ah. Wie wechsle ich denn die Waffe? Äh, Mausrad. Mausrad. Ja, okay. Manchmal denke ich, einer von euch wäre ein Zombie. Und dann will ich euch hier schießen. Oh ja, ich brauche Moni. Shit. Hier gibt es eine MP5 zu mitnehmen, in dieses Ganze. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld. Keine Sorge, wir haben doppelte Punkte. Ja, das wäre schön gewesen. Was ist denn mit ihm? Wie du explodieren hier so die Scheiß-Zombies? Ja, manche, die brennen in die Explosion. Hier sind ganz viele, hier sind ganz viele, die reinkommen und ich bin tot. Oh, oh, ich muss... Keine Sorge, wir holen nicht zurück, wir holen nicht zurück. Ich muss die Zombies weghauen. Moment. Ich hole ihn. Danke, babe. Johnny, du bist zurück. Danke. Welcome back. Ich bin zurück. Ah! Der explodiert. Der explodiert. Au. Der ist explodiert. Mitten in mein Gesicht. Vorsicht, der explodiert. Der au. Das Problem ist, ich habe keine Moni. Auf viel grennt die Schweine. Der kauft dir eine neue Waffe, hier gibt es seine. Oh ja, ich bin wieder... Oh Gott. Ich habe kein Geld. Du hast nur keine Punkte. Schäde! One Shot! Oh, ich dachte, das wäre was Schlimmes. Oh Gott. Naja, ihr habt mich im Bus zurückgelassen. Ich denke mal deswegen. Und ich finde, ich bin nicht so gut in Shootern. Scheiße. Der Hammer, alle Fenster werden repariert. Wie hilft man? Da kommt noch mehr. Moment, die Fenster waren kaputt. Schnell! Wenn welche kaputt waren, dann sind sie jetzt wieder ganz. Okay. Okay. Ich kann nicht schießen, wie gesagt. Munition! Oh, wichtig! Ich habe Munition wieder! Let's fucking go! Ah, ihr habt auch? Ja. Der Bus hupt! Ah, der Bus hupt. Wir müssen zum Bus. Wir müssen zum Bus. Diesmal nicht. Beweg dich fully. Wir im Bus. Johnny, wo bist du? Fuck! Johnny! 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 Ich brenne dich! Johnny, das Feuer! Johnny! Ich brenne dich! Johnny ist mit drin. Okay. Lösch dich, Johnny! Ja, John, lösch dich! Ich will nicht sagen, aber das lief ganz okay soweit. Wir sind Profis. Habt ihr eine Shotgun? Ja, hast du. Johnny, bitte nicht mit der Pistel spielen jetzt. Ich habe überhaupt nichts, Mogi. Ich habe nichts anderes. Oh, shit. Wie soll ich denn jetzt nicht mit der Pistel spielen? Warum hast du keine Waffe gekauft? Johnny hat schon acht Abschluss. Alter, ihr könnt mich mal, wirklich. Was? Johnny, warum hast du kein Geld? Ich habe kein Geld für eine Waffe. Oh, mies. Kauf dir welches. Wenn du eine gehabt hättest, dann hättest du dadurch das gestorben, bist du eh verloren. Also, ich habe hier eine. Wir werden auch versuchen, an den Seiten jetzt reinzuklettern, übrigens. Ja, Mogi, die habe ich verloren. Okay, okay. Die erste. Du hast sie verloren, weil du gestorben bist. Das ist also die Antwort, warum du keine hast. Weil ihr mit dem Bus weggefahren seid. Ich glaube, wir sind da. Na, der Bus, der wäre auch ohne uns gefahren. Ja, ja, ich weiß. Aber ich bin euch einfach hinterher gerannt und verreht. Oh, da kommen viele. Scheiße. Ah, 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 ah. Alles easy, Fulli. Ah, oh mein Gott. Hä, ich bin tot. Oh Gott, da sind ganz schön viele. Hilfe. Oh, ich bin auch tot. Wo kommen die denn alle her? Doppelte Punktzahl. Lass mich liegen, aber nimm die doppelten Punkte. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich wäre auch tot. Es sind hier so viele. Okay, die müssen wir erst mal erklären, wie das funktioniert, überhaupt, das Game. Ich glaube, ich. Wir haben nur irgendwas gemacht. Oh, May. Aber Fulli hat noch mehr. Wir müssen überleben und scheinbar ein bisschen weiter voranschreiten. Okay. Also es gibt kein Gameplay, basically. Was? Was? Ihr sollt mir das erklären. Wie, was willst du wissen? Stell spezifische Fragen. Aus dem Waffen. Ja, das mit dem Waffenkaufen zum Beispiel. Also je mehr Kills ich habe, desto mehr Waffen kriege ich, ja? Für jeden Schuss, den du landest, kriegst du 10 Punkte. Und wenn du ein Zombie killst, ich glaube, mit einem Messer kriegst du generell 100 Punkte. Und die Punkte sind das, was ich ausgebe. Ja, hieß du unten rechts auch deine Punkte, in deiner Farbe. Habt ihr alle diesen Modus schon mal gespielt? Nö. Also nicht aus dem Teil. Ich habe gerade zwei Runden gespielt. Generell, meine ich. Ja. Ja, ich nicht. Deswegen etwas Nachsicht, bitte. Ja, ist ja gut, Schiff, fragen, wenn du was nicht weißt. Ich meine, ich habe, ich habe ja versucht, bei deiner Busaktion nicht zu viel Erfolg zu machen. Und Runde 1 und Runde 2 am besten mit einem Messer machen. Damit kriegen wir ja mehr Punkte. Hm. Und für Fenster zunageln. Also, weißt du, die... Wir sollen nicht versuchen, reinzukommen, Johnny. Da müssen wir ein bisschen die Fenster dann zunageln. Ich glaube, es lohnt sich doch gar nicht. Kriegen wir auch 10 Punkte. Es lohnt sich doch gar nicht, hier die Waffen zu kaufen, ne? Sondern erst die MP5 da im deiner, oder? Nein, ich würde... Die Shotgun will ich mitnehmen. Also, äh... Die Shotgun finde ich ziemlich gut. Aber du verlierst die Shotgun ja, sobald du dann das MP5 vom deiner kaufst. Nein, du kannst die Pistol dafür weglegen. Glaub nicht. Oh. Kann man? Ja, klar. Das wusste ich nicht. Ja, dann nehme ich natürlich gleich die Shotgun mit. Ich habe die andere Waffe mitgenommen. War das Earth Angel? Ich kam die ganze Zeit nicht drauf, welcher Song das ist. Earth Angel, Earth Angel. Der Lade-Street. Ey, ich habe keine Ahnung. Können wir Johnny wieder hier lassen? Ja, Mann. Das ist ein guter Song. Johnny, wir haben ein Radio im Bus. So, Fulio, kannst du... Haben wir ein paar Karabiner-Fans hier? Fulio, du kannst dir bald die Tür aufmachen lassen. Natürlich, M14. Oh, schon? Ich habe mir sogar schon eine Waffe gekauft. Wie sieht eigentlich euer Fadenkreuz aus? Weil du meinst, das ist schrecklich. Ich kann gar nichts erkennen. Ja, das ist ein bisschen mies. Deswegen kannst du mit rechter Maustaste Kim und Korn an Sicht machen. Okay. Kannst du über die Kimme zielen. Alter, schön über Kim und Korn schießen. Wie viel kostet die Tür? 750. Okay, dann mache ich gleich auf. Ja. Oh, Fuli gibt die Tür aus. Wisst ihr, was wir auch mal machen sollten? Wir sollten vielleicht... Jetzt am Anfang geht es. Wir sollten uns auch mal ein bisschen darauf konzentrieren, wer welches Fenster übernimmt und so was. Ja, eben. Das war nämlich auch... Aber das geht bei Gegner. Vorher war es so, ich habe mein Geld, glaube ich, für solche Sachen ausgegeben. Für die Tür und so. Okay. Das Problem ist, dadurch, dass wir... Durch, dass wir gleich weitergehen werden, können wir das kaum auffallen. Tür ist offen. Oh, Junge. Hier sind ein paar böse Jungs. Oh, Munition. Ding Dong. Dankeschön. Oh, guck mal, ich Ding Dong gesagt habe, aber... Sehr gute Munition. Ich nehme noch ein paar Punkte mit. Ding Dong. Ja, das ist ein Pferd auch. Ding, 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 ding. Wann fährt der Bus los? Wenn er hupt, ne? Ja, wenn er hupt. Okay. So, hier sind wir beim ersten Mal gestoppt. Wir müssen schon mal ein bisschen aufpassen. Ich höre da doch jemanden. Glaubt ihr, hier sind Zombies? Äh, hier... Ähm, Meph is hier. Was sind Zombies? Komm mal, denk mal, welche. Zeihung. Was? Ach, sieh, noch kommen auf welche. Glaubt ihr, hier sind Zombies? Äh, Meph is hier. Nein, ich wollte... Ich wollte was zeigen. Nur weil ich ein bisschen älter bin, ja? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Äh, helf hier, Fully. Oh Gott. Wo bist du? Ich weiß nicht, irgendwer hat mich grad von hinten umarmen. Das war Meph. Ich glaube auch. Meph ist ein Zombie. Die Hinweise mehren sich. Er ist noch starke Schultern. Nach Nivea, du. Das war Meph. Also wir können ja wirklich schlecht aufteilen, wer an welchem Fenster ist, weil wir nicht wissen, von wo die Zombies überhaupt kommen gerade. Ich glaub, sie sollten nur davon eben aus den Fenstern kommen, oder? Ah, Feuer. Ich hab's Gefühl, gerade kommen gar keine Zombies. Ich seh keine Zombies. Die kommen noch aus dem Boden. Die kommen noch. Die kommen aus dem Boden? Ja. Sehr ungünstig. So, ich verballe jetzt mal die Pistole, einfach um ein bisschen Punkte rauszuholen. Das ist nämlich fucking nutzlos. Au, da ist ja auch gestorben. So ein Meph ist so scheiße. Hier ist das Team der Zombies über. Doppelte Punkte. Mogi ist auch tot. Warte mal, ihr seid tot, Jungs. Ah, ich wohne umab. Scheiße, ich bin auch tot. Wer hat die Granate geschnitten? Haben wir Granaten? Nein. Wo kam die Fusion her? Hat das vermitteln geworfen? Jungs? Oder ich. Bin unterwegs gleich vorlesen. Oh, mein fucking Gott, Mann, ich komme. Was mit mir? Ich fühle mich gut. Eine Toni. Ich wäre alles gut ab. Tu mal Tab und schau die Statistik an mein Freund. Nee, schaue ich nicht. Oh, der Johnny. So nämlich. Er hupt. Rein da. Oh. So, habt ihr ein Ticket? Oh ja. Woli hat mehr gekillt. Warum killt Fully? Warum ist Fully in jedem Spieler aktuell immer so gut? Du meinst die Spielste. So die zwei Euro, wenn ihr jetzt rausrennt. Wie viel, wenn ich jetzt rausrenne? Warte, geh mal weg. Jetzt rauskillt. Mogi, du kriegst nicht alle Kills. Was? Ist er rausgerast? Ach so. Ja, für dich gab es kein Geld. Ach, der Zombie. Ach, der Zombie platzt, Maeve. Warum platzt der aber? Ja, die Brennen explodieren. Aber da war so ein Granatensymbol am Boden halt. Oh, dann würde es eine Granate gewesen sein. Oh, wir haben eine mit Geekammern. Wir haben vier Stück. Wir haben Granaten. Ich glaube, ich habe aus Versehen. Ich glaube, ich habe aus Versehen gehe. Ich glaube, das war ich. Du wolltest wiederbeleben. Du hast es gerade wiederbeleben. Und habe gegengedrückt, glaube ich. Ey, es ist echt geil, dass ihr mich dabei habt. Ich freue mich richtig. Ich freue mich echt, hier zu sein. Soll ich dich schneller zünden? Ey, wo sind die Schreifen unten meine Kills? Ne, das ist die Runde. Also die Strichliste? Ja, das ist unsere Bälle. Ey, deine Kills kannst du sehen, wie du tappt willst. Könnt ihr mal sterben? Was kommt denn hier rein, Alter? Der läuft, ey. Hier haben wir, ey, was wolltest du gerade benutzen? Ihr dreckigen Lowlifes. Okay, wir sind da. Jungs, hab jetzt deiner. Das ist noch zu. Hab jetzt deiner. Ne, wir haben du gelb. Hier gibt es eine MP5. Ja. Ich habe geöffnet. Wo sich die explodiert. Die explodiert alle. Erst bei MP5 kaufen. Oh, MP5 ist 1000. Ich habe noch keine 1000. Ich schon. Statt der Pistole. Also wenn ich die Pistole ausgerüstet habe, dann wechsle ich die aus, ne? Ja, genau. Okay. Easy. Au. Ist die Pistole auch geöffnet? Ja, ne? Wahrscheinlich. Au. Oh Gott, ist die Pistole scheiße. So, wollen wir hier drin erst beim deiner bleiben, beim abwehren, oder? Denk schon. Und, hast du die MP5 gekauft? Nein, noch nicht. Oh. Das sind Zombies. Alter. Müssen wir ja vorsichtig sein. Das sind ja Zombies. Okay. Oh, da ist ein Power-up. Was ist das? Was, 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 was? Wie sieht es aus? Nein. Schreiner hat er gesagt. Ich habe die falsche Waffe ausgewickelt. Das war so ein Hammer. Oh, der Hammer hat alle, äh, alle Barrikaden wieder voll, äh, gemacht. Oh. Irgendjemand schreit. Da kommen Zombies. Da ist ein Hammer. Beim Bus. Oh, wenn die durch die Lava laufen, dann fangen die an zu brennen. Ja, und dann explodieren die. Das ist ziemlich gefährlich. Oh, Junge. Die platzen wie die. Oh. Wenn wir gleich mit dem Bus weiterfahren in Runde 6. Wir können Granaten drin. Ah, shit. Weil da waren ja so viele Gegner. Shit. Ah, shit. Ich wurde überrascht. Bist du tot, oder? Ja, ich brauche Hilfe. Ja, ist tot, ja. Entschuldig. Okay, Memphis da. Okay. Bleib mal bei diesem Eingang hier. Ich bin, äh, hier am Fenster. Jo. Das ist gut. Denk ich. Fully ist auch wieder, Fully ist wieder zurück. Ne, ich bin zurück. Kann der nicht den anderen so mitsprengen? Au, wie dumm. Ich brauche mal Heilung. Ich habe einen gemestert, der eine Bombe ist. Wow, was habe ich bekommen? Das war die New. Ich habe eine Trufbombe eingesammelt. Das war die New, ja. Das heißt, da sind alle gestorben. Nice. Oh, ich kann mal wieder vor der Munition gebrauchen. Ich gehe nochmal eine MP5 kaufen. Einfach die Waffe nochmal kaufen. Bei der Waffe kann man nicht. Kostet 500. Na, ich habe die MP5 noch gar nicht benutzt. Ich habe die M14 gleich leer, aber ich weiß. Ich mag die. Du hast die M14 mit. Achso, ja, da kannst du keine Munition kaufen. Vielleicht musst du auf die M5 dann, äh, die MP5 umsteigen. Kann ich bitte, geh bitte weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mogi? Was macht ihr da drüben? Merkst du dich noch eine Granate reinpfeffern? Ne, ich glaube es ist Verschwendung. Aber gleich, wenn wir, wenn du Bock hast. Wenn viele auf einmal haupten sind, dann unterwegs, Fully. Spaß mit. Äh, Hilfe. Gott, ich verbrauche so viel Muni. Du gibst mir Entdeckung. Ne, ich pass auf. Schicker Schnurrbart. Oh, oh, raus. Ich muss mich nur kaufen. Bissen wir im Bus? Ja. Ja. Ach, nö. Oh, der Lava-Eingang. Oh, das Lava. Ah, fuck. Mogi nicht wieder. Er fährt ja los. Er fährt los. Ah, scheiße. Nein, ich bin vor den, vor den Bus gelaufen. Äh. Nein. Jungs. Jungs. Ich bin eingeschrieben. Mel, bist du da? Hey, ich bin noch letzter. Guck, der guck. Sehr gut, Fully. Oh nein, Fully. Ja. Hey, da sind mal zwei. Kannst du das eins machen? Jungs, war nett mit euch, Jungs. Du bist fürs Team. Oh, dann hoffen wir, dass du eine, dass du eine Waffe kaufen kannst, Fully. Ich habe ja eine Waffe. Nee, nicht mehr. Oh, scheiße. Du kannst jetzt zumachen. Genau. Wenn du gestorben bist, sind deine Waffen nämlich weg. Wir laufen uns ja hinterher. Nein, und ich habe die MP5 noch gar nicht benutzt. Ja, dann wirst du auch nicht mehr. Ich bin wohl nicht wieder. Oh. Shit, wenn wir da sind, was machen wir dann am besten? War so unser Plan. Ich habe meine ganze Munition verschossen. Ich kann sogar Granaten verwenden, wenn da so viele Zombies kommen. Und hoffen, dass Fully wieder spawnt auch. Fully spawnt wieder. Das war bei Johnny vorhin das Gleiche. Oh. Vorsicht hinter dir, Mogi. Oh Gott, nein. Hinter dir. Die kommen durch die Tür. Die sind schon da. Oh nein. Die Kranate, nein. Fuck. Fuck, hier sind überall wieder Zombies. Oh Gott. Die wurden einfach überrannt. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich habe am wenigsten gekillt diesmal. Ah, nee. Fully. Nee. Also, Johnny's Redemption. Dieser Fully. Auch am wenigsten Volltreffer. Läuft gut für mich. Ich bin auch nicht gestorben, also. Ja. Noch mal. Noch ein Versuch. Das stimmt. Das sind unterschiedliche Qualitäten. Diesmal schaffen. Diesmal schaffen. Diesmal schaffen die Runde 6. Diesmal schaffen die Runde 6. Darauf bist du stolz, wa? Diesmal meine zweite Runde, die ich jemals gespielt habe im Zombie-Modus. Das merkt man. In einem Zombie-Modus, Fully. Ja, ich habe auch nie Zombie-Modus gespielt. Achso. Und einen? Ich hatte ja vorhin gefragt, das wäre ich. Fully will direkt die Waffe kaufen. Yeah, let's go. Ich glaube, ich will die auch haben. Ich glaube, die ist schlecht. Ich will die voll nice. Die hat halt, die hat halt... Ich überlege auch, die Shotgun, die muss so oft nachladen. Ja. Ich sehe keine Zombies. Die anderen hat immerhin 8 Schuss. Ist ja auch noch Welle 1 hier. Naja, aber ich sehe echt keinen. Was? Fully hat er gesehen. Hä? Also. Wie wäre der mich der bitte erwischt? Hat dich irgendwer gerade gesagt, fahr nie mit dem Bus? Kann sein, dass Fully das gesagt hat, dass der Charakter... Äh, Guys? Ja? Ein Fenster wurde komplett ignoriert hier, bei Badezimmer. Äh, der Blaue hat... Der Grüne hat Geld für die Tür, ne? Soll ich machen? Ich habe auch Geld für die Tür. Achso. Okay, dann habe ich ja rausgegeben. Ich habe keinen einzigen Zombie gesehen. Okay. Hättest du die Tür eigentlich auch rausgeben können. Ist echt so. Keine Zeit fürs Soundboarden. Ich bin hinten beim Bus. Wo geht ihr hin? Der fährt doch jetzt noch nicht los. Wir müssen ja jetzt eine Runde hier überleben. Ja, bitte Punkte. Ich denke, ich werde mal schauen, dass ich in der Region von dem Fenster hier bleibe. Wie oft kann man das Messer spammen? So oft du willst? So oft du Bock hast. Ich meinte eher so die Rate, in der man... Jemand ist im Außen-Tot. Eine Achtung ist da noch drin. Das Messer hat nicht so gut funktioniert. Johnny, geht's dir gut? Ja, bei der 2 ist das Messer dann auch schon wieder ein bisschen gewagt. Du gehst dir Rückendeckung? Danke. Bei der 2 brauchen wir schon 2. Danke, Fully. Gibt es eigentlich Punkte fürs Wiederbeleben? Ja. Und sogar ganz gut viele. Was reden die denn? Und natürlich für jeden Schuss, der tropfen wird. Deswegen sparen wir immer die Pistole. Ach, das war gerade mal Welle 2. Ja, eben. Wir kamen so früh rüber. Ich glaube, wir müssen jetzt noch eine Welle hierbleiben, bis der Bus losfährt. Eine ganze Welle noch. Der labert uns voll mit irgendwas. Oh Gott, ich höre was. Oh, oh. Oh Gott, ich höre was. Oh, der Bus fährt los. Ich bin drin. Sind alle da? Ja, Maeve noch nicht. Hallo. Maeve? Hä, ich bin da. So, da ist er. Da ist er Maeve. Die Pistole ist hier aus der Tür raus. Warum haben wir schon wieder die meisten Zombies gekillt? Weil du hast du gut gemacht. Wenn du aggressiver Spieler bist. So aggressiv. Deswegen bin ich so ein TTT. Solange ich ja nicht sterbe, bin ich ja zufrieden, muss ich sagen. Boom. Das Problem ist, nur am Ende sterbe ich meistens. Ich meine, ja, dann endet die Runde, oder? Ja. Also theoretisch bist du schon dreimal gestorben. Ich bin auch praktisch dreimal gestorben. Wir sagen es so, du wurdest noch nie wiederbelebt, oder? Ja, doch, ein, zweimal. Doch, doch, doch. Wurdest du. Ich glaube, letzte Runde nicht. Da habe ich nur all meine Munition verschossen. Ich werde jetzt auch nicht vermitteln, wo ich das so sage. Okay. Oh, oh. Da hat irgendwer keine Munition mehr. Ja, Muggi. Ich habe noch welche. Was ist das für ein Spiel? Das ist super. Was ist das für ein Spiel? Was ist dieses Spiel? Freunde, aussteigen. Oh, schon wieder Lava. Warum hupt der hier so laut? Ja, der sagt allen Zombies in der Nähe Bescheid. Hier gibt es Frischfleisch. Ich weiß noch nicht, aber ganz auf unserer Seite ist er. Oh, fuck. Ich habe gar kein Geld. Ihr sieht doch wie ein paar aus wie einer von den Feinden, ne? Die Augen, ne? Ich halte wach hier hinten am Fenster wieder. Der ist zwar ein Roboter, aber er sieht aus wie ein Zombie. Ich bin da, wo die MP5 ist. Also kann irgendjemand auch die Tür ein bisschen mauerbaren. Das war ja wieder klar. Mach ich gerade, oder? Ja, ja, du bist genau richtig. Ach, die Scheiße. Oh, Nuke. Ach, die Nuke. Gute, alte Nuke. Die geben nur leider echt wenig Punkte. Oh. Das heißt, an so einer Stelle hätten wir überlegen, sollen wir sie vielleicht nicht einsammeln. Maximal in Munition. Gerne geschehen. In jemandem, Punkte fehlen? Bestimmt. Mir fehlen Punkte. Wissen wir welche geben? Hast du ruhig hier gerade? Meine Waffe ist doch okay. Was? Erhubt ja schon. Erhubt ja schon. Erhubt ja schon. Warum hupt der schon? Ich hatte nicht mal Zeit, eine Waffe zu kaufen. Ich auch nicht. Da ist ein Zombie hinter euch. Ah, auf den sollte ich nicht. Vorsicht, der explodiert. Nein, ich bin nicht. Oh nein, ich bin nicht. Pulli. Oh Gott, was? Oh nein. Wir brauchen dich doch gleich. Warum bist du jetzt schon losgefahren? Du bist unser Zombie-Killer. Warum bist du so schnell losgefahren? Ich habe ganz gut ein brennenden Zombie erschossen. Und dann war der schon weg. Wir waren nur einmal in diesem Raum. Ich hätte auch noch echt gern die MP5 gekauft. Ich auch, ich habe keine. Der ist wirklich nicht unter dem Team. Ich meine, ich hatte die, aber jetzt bin ich tot. Das ist so dumm. Das Problem ist, wir müssen was machen, wenn wir jetzt aussteigen. Wahrscheinlich müssen wir den Bus auf jeden Fall verlassen. Oh, hier war es für 3000. Ich konnte was für 3000 kaufen. Vielleicht könntest du uns ein Baumhaus bauen. Guck mal, hier in der Decke ist irgendwas zum Kaufen. Oh mein Gott. Ja, okay. Oh, irgendein Spezialpistel. Das ist aber echt teuer. Nehme ich mit. Oh, 120 Schuss. So, wenn wir ankommen, wir rennen raus und schauen, ob wir irgendwo einen Unterschlupf finden. Ja, wir waren hier noch nie wirklich lang. Aber hier ist so neblich. Ja, ich sehe nichts. Hier ist ein Haus. Da sind sehr viele Zombies. Mein Charakter hat auch gesagt. Oh, Johnny, auf dir. Vorsicht, auf mir sitzt ein Zombie. Oh mein Gott, wie viel... Ah, Hilfe, Hilfe, hinter euch. Johnny, hinter mir, Hilfe. Hinter dir? Ne, ich war hinter dir, shit. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, danke. Boah, vielleicht bleiben wir einfach im Bus. Ich bin wieder da. Aber ich hab keine Waffe. Ich hab nur ne Pistole. Im Bus oben kannst du für 1000 eine holen. Die Scheune, wo? Los, wir können jetzt rein. Wo, wo, wo seid ihr? Wir werden hier angezeigt. Mogi, hier drüben. Okay. Und P, wo ne Waffe ist? Hier sind überall Waffen. Shotgun. Wir haben eine sichere, warme Scheune. 1500 hab ich nicht. Scheiße. Was ist das für ein Labyrinth? Wir müssen den Strom einschalten. Okay. Hey, Jungs. Oh, hier kann man rausballern. Das ist gut. Im Erkgeschoss, wo wir für ne Shotgun zu kaufen. Gibt paar Punkte. Da ist Munition. Ich sehe keine Zombies. Braucht ihr auch Munition von euch? Ich brauch Punkte nur. Ich sehe schon wieder keine Zombies. Die neue Pistole, die ich holt habe, ist übrigens so gut. Sehr gut. Ich hab ein bisschen neue Pistole geholt. Ja, für 1000. Maximal Munition. Ja, ich wollte ja auch bisschen aufheben, bis wir mehr, ähm, aufgebraucht haben, aber... No! Nein! Wer unterwegs, Mike? Ich bin da. Da kommt richtig viel aus der Scheune, versorgt. Fuck. Lauf weg. Scheiße! Geh. Gott, ich bin... Das sind viel zu viele hier gerade bei der Scheune. Ja, und ich hab leider nur ne Scheißpistole. Keine Sorge, wir sind noch im Spiel. Mogi liebt, das ist das einzige Überlieben, ne? Ich glaub, Mogi ist im Scherben, oder? Mogi! Mogi, wir hätten voll ziemlich viel Zombies verfolgt. Shit, sieht nicht gut aus, aber... Ja, wir sollten irgendwo hin, wo die Zombies sind... Nützt die Granaten! Ich hab's, wo sie wieder erleben. Ihr seid im Weg! Schaffst du nicht! Keine mehr! Gott, ich... Warte, ich konnte nicht an euch vorbeilaufen! Ich bin... Ich hab versucht, hier aus dem Weg zu kriegen, als ob man nicht rüberspringen kann. So ne Scheiße! Ich glaube, die Runde ist so schnell vorbei gekommen, weil wir irgendwie den Strom schon aktiviert hatten. Ach so, hat die auf euch den Strom aktiviert? Scheinbar. Aber ja, diese eine Pistole, die an der Decke bei dem Bus ist, die ist so gut. Die kostet 3.000, ha? 1.000 kostet die. Ah, okay. Die ist so gut, die ist besser als die MP5, würde ich sagen. Gott, dieser fucking Bus. Diesmal müssen wir Teamplay machen und uns absprechen, wer an welche Türen geht und solche Sachen. Das haben wir ja. Haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Ich hab den Bus dann nicht irgendwie erwischt. Ja, aber nicht in Deiner haben es nicht 50 mal. Ja, das Problem war, dass Fully raus war. Das war... Und wir mussten uns ja scheuen erst... Wir nehmen einfach... Wir versuchen einfach aus dem Bus die automatische, beziehungsweise die Impulspiste mitzunehmen und dann haben wir keine Probleme. Glauben wir damit, alles gut. Und wenn er an Deiner hupt, wir müssen sofort einsteigen. Aber er wartet nicht eine Sekunde auf uns. Ja. Na. Ja. Da sind wir auf niemanden warten, um hier die Punkte zu holen. Ist doch dunkel. Mhm. 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 Der hupt ja jetzt schon. Nee, nee, alles gut. Der will nur Aufmerksamkeit. Der will jetzt schon los. Wie funktioniert das denn mit den Strom einschalten überhaupt? Keine Ahnung. Mogi? Revival. 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 Was ist das für ein Leben? Na ja, vermutlich. Johnny, bitte. Hä? Was? Johnny, was tust du da am Boden? Ach so. Arg. Ich hab mir noch ein paar Knöpfe ausprobiert. Man kann kriechen. Ja, man kann kriechen. Ja, wo er so... Wusste ich nicht. Ist ja nicht aufgefallen, dass du auf einmal viel kleiner bist. Doch. Wieso? Hä? Ja, doppelte Punkte. Ich hab mich doch gar nicht gewundert. Du meintest so, Johnny, bitte. Wer klappt mir eigentlich immer die doppelten Punkte-Perks? Kriegen wir die alle? Die kriegen alle, oder? Okay. Weil irgendjemand redet immer vor mir. Sofort, wenn ich jemanden abschieße. Und nimmt es immer mit. Und ich denk mir so... War das jetzt gut? Weil wir am maximalen Munition sind, dann vielleicht ein bisschen warten, bis wir die mitnehmen. Ja, okay. Denn je später wir die mitnehmen, desto besser. Guck mal, jetzt soll das Verlangen bis... Diese Blutenergiequille. Der ist aus Verlangen bis der, wo's losfährt. Vielleicht... Vielleicht lösen wir den immer mit irgendwas aus. Und wir haben keine Ahnung, was... Ne, hier fährt der immer mit der Zeit los. Dann beim Diner, ich glaub, da haben wir irgendwas ausgelöst, wirklich. Er hat gesagt, nimm bitte Platz. Oh. Cooler Song. Äh... Vielleicht muss man den Typen einmal ansprechen? Ne, den können wir nicht ansprechen. Okay. Hm. Ich würde jetzt hupen oder nicht? Ich würde schon hupen. Jetzt kann man noch mal rausgehen. Jetzt kommt noch eine Welle. Okay. Wow. Im Haus. Du bist noch im Haus? Im Haus waren paar Zombies gerade. Achso. Diese Zombies. Hä, was hat mir Schaden gemacht? Ich weiß nicht mal was. Ja, das ist mir vorhin auch ein paar Mal passiert. Ich hab irgendeinen Teil gekunden. Oh, der ist hier. Oh, der ist hier. Ist glaub ich für irgendeinen E-Stack oder sowas. Irgendein Teil? Ja, das heißt einfach nur Teil. Oh. Ja, das hab ich auch. Und in der Mitte ist es dann ein Abkommen als Symbol. Das ist ein geiles Teil. Ich glaub, es gibt immer so E-Stacks in diesen Maps. Wahrscheinlich ist es dafür. Oh. Ich bin down. Sorry, ich bin unterwegs. Niemand wird hier zurückgelassen. Hinlegen ist blockiert. Stitt hier. Sag mal Johnny, du weißt, dass der tote Melfel im Dialag, oder? Nee. Ich dachte, es ist ganz woanders. Er dachte, es ist ein Zombie wahrscheinlich. Nein, ich hab nicht mehr hingeschaut. Ich dachte, es ist gerade ganz woanders. Ich war gerade damit beschäftigt. Ich hab grad wiederholt und gedacht, von wem sehe ich da die Warten? Einsteigen. Rein da. Wir drinnen. Okay. Oh, die Pistole ist schon hier. Oh, man kann verbesserte Munition für 4500 dann kaufen. Die Pistole sind schon hier. Oh, okay. Aber ja, die Pistole zu holen, ich würd sie sehr empfehlen, wenn ihr das Geld habt. Die ist so gut. Ja. Der heißt Stuhlinger. Stuhlinger. Ich würd's dann vielleicht sogar noch nicht direkt jetzt verwenden, außer das ist nötig. Oh mein Gott, die ballert ja wie sonst was. Ja. Macht auch richtig viel Schaden. Zwei Stöße und ein Zombie war tot bei Welle 5. Die ballert krass. War leid, die ballert mal richtig anders. Bleib doch nicht stehen, Bus. Fahr! Der fährt doch. Der fährt doch. Die Straße ist ein bisschen blockiert, musst du wissen. Oh. Ja, hier ist ein bisschen geschmolzenes Material. Ich weiß nicht mal, was das denn noch sein soll. Lava? Ja, aber warum? Ja, aber warum? Ich hab einfach geschmolzene Stadt, oder was? Hab ich da Schaden bekommen? Du stinkst. Du stinkst. Du stinkst das Drecksvieh. Mit der Basic Pistole zu schießen ist ein guter Weg, um ein paar Punkte zu fahren übrigens. Wieso? Auch nicht so viel Schaden und jeder Schuss gibt 10 Punkte. Ach so. Ah. Und ich spare mir die Schüsse wegen der Muni. Ich sollte einfach mehr schießen, als ich überhaupt Punkte mache. Ah, also von der normalen Pistole, da wirst du einfach nur die Scheiße loswerden. Die sind sowieso fucking nutzlos. Autsch! Ich hab die Explosion abbekommen. Oh, da sind da drin. Da sind viele draußen. Da ist ein Zombie. Da sind echt viele brennende. Scheiße. Ich hab ne Granate geworfen, aber da ist niemand mehr. Ich brauch Hilfe. Au, 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 au. Was passiert denn hier? Die Nuke war genau richtig. Ich weiß nicht. Der hupt! Warum hupt der? Der hupt. Wie jetzt? Warum hat der gehupt? Fährt der los? Der fährt los! Der fährt los! Was? Will der uns verarschen? Vielleicht ist es einfach random, wann er losfährt. Ich glaub das hat irgendwas damit zu tun, wie viele Zombies wir töten. Einfach insgesamt. Oh mein Gott, Maeve hat ganz schön viele gekillt. Holy shit. Ja, ich glaub er hatte die Nuke auch. Nee. Na sicher. Ich weiß nicht mehr wie die aussieht. Dann hattest du sie. Ist sie in dir gespawnt oder so? Ich hab da gar nichts eingesetzt. Ne, ich glaub da warst du tot als sie eingesetzt wurde. Außer diesen Hammer vorhin mal. Warst du ein Hammer? Geht's überhaupt was hier, die Zombies zu bekämpfen? Das ist doch Munitionsverschwendung. Warum nicht? Mach doch das Fenster zu. Nein, ich will nicht. Was sind denn die zählen Nadelbäume des Jahres? Auf Maeve machst du okay. Okay, Hupt, das heißt wir sind da, oder? Ne, das heißt wir fahren durch. Ja, man fährt sich sicher im Bus. Was soll das denn? Okay, ich mach schnell auf. Ich wollte grad sagen, ich kann's mir nicht leisten. Konnte ich auch nicht. So, weißt du was machen wir da drin? Da geht's nach oben. Kann man da hoch? Hier ist auch ein Haus, ne? Kann man hier rein? Dann kann ich hier hoch. Hier ist auch ein Haus. Hier ist auch ein Haus. Ich hab noch ein Haus geöffnet, wo man rein kann. Das sieht besser aus, glaube ich. Wo bist du denn? Gegenüber von der Scheune im Haus. Zack. Ich bin oben in der Scheune. Ja. Ja, Johnny und ich versuchen hier ein bisschen... Ich würde da hinten gerne... Ich kann schon viele. Hier ist ein Kühlschrank. Hier ist ein Kühlschrank, da kann man eine Waffe platzieren drin. Hol's dir Volli. Oh, ich glaub das ist so ein Teil mit... Da kannst du die Waffe dann upgraden. Hol's, ich komm zurück. Alle One-Hit. Oh, was? Wirklich? Oh, alle One-Hit. Ich glaube ja, das war der Schädel, oder? Jaja. Da pack ich doch mein Messer aus. Ich seh nix. Also ich weiß nicht ganz, wo ihr seid, aber... Ich bin hier in der Scheune noch ganz gut unterwegs. Er hupt. Okay. Er hupt. Was? Fuck. Lauft. Ich hab keine Ausnahme mehr. Ich bin drin. Oh Gott. Mev, du brennst. Will der uns verarschen? Der will der uns verarschen. Wir waren doch gar nicht in der Scheune. Ich hab gerade eben erstes Dingens gekauft. Julio und ich haben ein paar Kills gefahren, wie man sieht. Da vor der Scheune. Ja. Ich hab ein bisschen aufgeholt. Falsches Teil. Hat einer das Teil für die Decke? Zum Reparieren? Äh, wo? Hier oben ist das Loch. Wo steht der falsches Teil? Wenn ich springe, steht der falsches Teil. Falsches Teil. Oh ja, bei mir auch. Aber ich brauch ein paar Punkte nur noch. Dann kann ich meine Munition wiederholen. Die Pistole. Werd die Tür aufgemacht. Ich dachte mir, wir müssen ein bisschen lüften. Ne, mach das wirklich bitte nicht. Ne. Aber dann kann man rausschauen. Man kann es auch so rausschauen. Da sind die... Vielleicht mehr killen. Oh, Junge. So, wir sind da. Beziehungsweise, ich glaube es ist rausschauen. Einer muss aufmachen. Okay. Hier ist ein Klohäuschen. Kann man da rein? Man kann für 715 ins Klohäuschen rein. Nein. Hier gibt es eine AK-74. Fuck! Wo kamen denn so viele her? Ah, hier. Mein Bus noch. Da sind zu viele, kommt nicht zu mir. Es sind wirklich viel zu viele. Wartet noch ein bisschen. Kann er das Klohäuschen aufmachen? Ich krieg mal zu euch rüber. Ich krieg mal zu euch rüber. Oh mein Gott. Scheiße. Wir haben uns doch nicht die Granate vor die Füße vorliegen. Ich bin noch nächstes Mal ein bisschen besser vorliegen. Habe ich dich so scheiße geworfen? Ja, die lag gleich unter uns. Schädel! Sorry, ab ihn. Ich glaube ich sterbe gleich. Ich bin tot. Kann mich kurz jemand hier rüber? Ja, ich komme. Oder wie du. Mach du. Stark. Er fährt weiter. Junge, ich konnte dir doch die Waffe gar nicht kaufen. Boah, letzter Moment. Oh, da ist jemand brennt. Rein da! Boah, ich dachte ganz kurz, wer ist deiner? Ja. Das ist ganz schön hektisch hier. Das hat echt Spaß gemacht. Kannst du mal ein bisschen länger uns rasten lassen? Ja, das ist echt so. Warum ist die Decke offen? Ja, das haben wir doch vorhin gesagt. Ja, das ist schon die ganze Zeit über. Wenn mal da keiner durchkommen wird. Ich weiß nicht, wo wir die Teile einsammeln. Jetzt müssen solche Teile erfordern. Ich meine, ich habe ein Teil eingesammelt, dass es einfach Teil heißt. Ey, aber hell. Die sind beide Teile, als die Nukes waren. Oh, die Nukes. Sehr schön. Was war das? Die Nukes. Ich bin einfach nur ein Crazy Nukes. Ich erkläre Licht. Jetzt sind ja auch ein paar Crazy Nukes. Muggi hat richtig Punkte. Nein Leute, ich weiß auch nicht. Das wird selbst für mich Crazy Nuke grad ein bisschen zu hektisch. Ich kann mal ein paar Türen ausgeben danach, wenn ihr wollt. Wir lassen eine Bar. Wir lassen die Bar gehen. Ach fuck, wir sind schon da? Wir sind schon da. Vorsicht, du brennst. Hier ist eine Tür, die kostet 1000. Habe ausgegeben. Oh, das ist ein Safe. Okay, du brennst. Jo, können wir den Safe knacken? Muggi brennt auch. Brennen jetzt alle. Muggi brenn mich. Muggi brenn mich. Scheiße, keine Muni. Easy. Scheiße. Hier sind Schlüssel. Nein. Nein. Oh fuck. Vorsicht mit den Granaten. Fuck. Falsche nicht nur gelaufen. Nein. Ich bin tot, aber ich habe noch meine Pistole am Boden. Fuck. Das wird nichts. Oh Junge. Oh Gott. Fuck. Mein Flash belebt mich wieder. Komm schon. Ich bin auch tot. Oh Gott. Ich bin genau gestorben leider. In dem Moment. Muggi brenn du so? Ah. Fuck. Nein. Scheiße. Aber wir haben eine Runde länger überlebt. Immerhin. 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 Ja, würde ich sagen, noch ein Versuch. Yeah. Ja, klar. Oh, das ist sehr spaßig. Was ist denn los, der Sack? Ha? Der Busfahrer fährt mal so schnell los. Ich habe echt schlechtes Ape. Oh, ich habe einen Rang ab. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, echt? Oh, yo. Der Maeve. Volltreffer sind Headshots, ja. Okay. Aber hast du mehr Punkte als ich? So, die Frage ist, will ich mir überhaupt eine... Hey, ich muss mir eine von den Anfangswaffen holen. Ich kann ja nicht die ganze mit der fucking Pistol unterwegs sein. Wobei, ich könnte mir direkt die gute Pistol holen. Pack den Song in meine Playlist. Die M14 ist immer sehr zuverlässig für mich persönlich. Aber die gute Pistol überschreibt sie auf die billige Pistol oder hat man die zusätzlich? Wenn du willst, kannst du eine von deinen beiden Waffen Schlotts ersetzen damit. Hat mein Carrier gerade gesagt, er hat Elektrotechnik spiel. Die haben nichts gehört, also wahrscheinlich. Der echte Johnny. Alter. Glaubt ihr, der Bus fährt auch los, wenn niemand einsteigt? Weiß nicht. Glaubt ihr, wenn er hobt, es ist, ob man einsteigt? Außerdem diesmal war es... Also das ist ja noch nicht... Vielleicht hat das damit zu tun, ja. Vielleicht fährt er es dann los, wenn der erste Spieler drin ist. Ja. Das heißt, wenn er ohne uns losfährt, dann wird es halt so sein, was auch immer. Weiß nicht, ob der schon einfach abgehauen ist. Nee, ist er nicht. Ich glaube, ich kann gleich... Nee. Wollen wir gleich... Kann man da hierher kommen und das Teil noch eins sagen, was hier liegt? Wollen wir im Diner dann mal schauen? Da kann man sich eigentlich ganz gut verteilen, dann haben wir auch ja ordentliche Munition. Was ein Teil, Alter. Ich hab's ja keine Ahnung wofür, aber... Ah ja, Teil hinzufügen mit gedrückt halten. Wo, wo kannst du das hinzufügen? Teil hinzugefügt. Ich auch. Auf der Blaupause. Oh. Teil hinzugefügt. Wo habt ihr die Teile her? Wir brauchen immer noch Energie. Wir liegen hier rum beim Telefondack eins rum. Wir brauchen bestimmt wirklich eine Autobatterie oder so. Und dann haben wir den Quick-Revive. Wer will... Soll ich die Tür aufmachen? Nein. Der Quick-Revive fährt halt echt stark. Wir suchen jetzt das letzte Teil noch. Ja. Okay. Dann lass ich erstmal noch. Okay. Äh, wo... Wo können das sein? Draußen liegt noch ein Teil. Auf, hier sind auch draußen noch. Ja, das kann sein. Ich mach mal auf. Ich nehm mal... Ich nehm mal das Teil mit. Wo habt ihr das abgegeben? Hier bei der Blaupause im Haus. Ja, Blaupause, genau. Falsches Teil. Das von draußen zählt nicht. Hm. Dann gibt's draußen natürlich auch was zu tun. Also es ist alles hier drin. Ja, und hier drin müsste es noch ein Teil geben. Doch, ich hab's gefunden. Let's go, Maeve. Was war das für Geräusch? Oh, jetzt... Jetzt brennt's hier. Ich hab's gewohnt. Ach so, der Boden drückt wirklich auf. Halten Sie App für Turbine. Turbine aufgenommen. Drücken Sie eins zum Ausrüsten der Turbine. Was? Was? Wir können alle die Turbine... Was ist das denn? Wir können alle die Turbine einsammeln. Turbine einsammeln? Na, komm wir schon wieder auflassen. Oh mein Gott, die... Mogi, kannst du wieder einsammeln auch? Ja. Oh, wir können uns... Die Künste Power-Ups zusammenbauen. Was? Ich muss der Waffe holen. Was bringt das Ding? Nuke! Wie ist mich gestorben? Leute, ich bin tot. Ich rette dich. Ich rette dich. Ich rette dich. Was? Ich rette dich. Dankeschön. Guck dir meine Turbine an. Oder auch... Ich weiß nicht, was die bringen. Werden die Zombies ab? Holy Shit. Oder können wir damit dann diesen... Warte, kann ich hier damit... Wo kommt der eine Automat? Ist der jetzt an? Ja, jetzt kann man hier Wiederbildung für 1500 kaufen. Können diese Sachen die Energiequellen benötigen, jetzt aktivieren damit. Oh. Ah, wir haben Insta-Kirke. Insta-Kirke. Und diese fucking Turbinen. Finden wir hier draußen auch zufällig eine Blaupause irgendwo? Ist ne gute Frage. Aber wir haben auch nur einen Teil gefunden, soweit. Hm. Ah. One Shot ist weg. Stark. Stark. Oh mein Gott. Ich hab irgendwas krasses... Oh mein Gott. Ich bin aus der Map gelaufen. Deswegen hab ich sowas krass. Oh, was ist Nestwell brauchen hier? Hä? Hier waren wir noch nie. Den können wir jetzt erst öffnen, weil wir eine Energiequelle haben. Achso. Aha. Das macht nicht bloß Scheißen. Das ist jetzt unsere neue Mission. Insta-Kill. Wir bleiben jetzt für immer hier. Wir fahren einfach Punkte. Ich mein, vielleicht ist das die letzte Taktik. Eventuell. Schau mal, ich hab schon 4000 Punkte, what the fuck. Nimmt, ja. So die Frage ist, wollen wir einsteigen? Steigen wir mal nicht ein? Er hupt auf jeden Fall extrem gerade, ne? Aber... Jaaa. Er lehnt sich nach vorn. Er ruft, er fährt los. Er fährt los und steckern. Ey, ich steig auch rein. Scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Scheiße, was? Warum hat der die Turbine nicht mitgenommen? Ne. Also er wartet, er wartet ein bisschen, aber... Naja, ein bisschen warten, ist jetzt großzügig ausgedrückt. Fuck. Ein Zombie hat mich erwischt, anstatt es die 1. Johnny, da! Alter, ich... Beide Türen hab ich verfehlt. Ich glaub, du warst genau auf der falschen Seite, oder? Ja, ich bin dann rüber gerannt zu den zwei Türen, dann hat die erste nicht geklappt und bei der zweiten hab ich ein Zombie auf den Rauf gesprungen. Ungünstig. Ist egal, kannst du nach ne MP5 kaufen. Uh, Munition. John, nehmen wir mal mit. Ich kann aber jetzt nichts machen. Johnny! Johnny! Johnny Munition! Die ist super weit weg, da bin ich längst nicht mehr. Johnny, krabbel mal! Ja, tu ich, aber... Krabbel mal drüber! Wir waren schon viel weiter als da. Oh, ich gestorben. Mal gucken, wie viel Zeit er uns jetzt gleich gönnt. Und deiner. So, ist meine fucking Pistole jetzt mal langsam leer, damit ich die gute kaufen kann. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das random ist. Die werden irgendetwas triggern, schätzlich mal. Ja, ich denke auch. Okay. Hey. Kollege. Hab die Tür offen? ich kümmer mich um dich die rückendeckung macht die kids während er totes was mich ich brauche jetzt wenn ich bin bei der folie bin bei dir okay wird sowieso wieder willst du nicht ich bin aber jetzt da ich gebe die rückendeckung die runde vorbei da war niemand mehr ich kann nichts laufen da hängt keine waffe an der wand halten sie er für teil er ist gut er hat gut meint ihr das schon ich will es nicht rausfinden ich bin ich bin ich bin ja ich lebe belebt dich wieder ich nehme den nächsten bus schätze ich habe ich noch nicht gesehen also wir wollen die von dahinten ab wenn sonst kommen die reingesprungen oder was wieso liegt da draußen immer noch mit der lebt ja so ist auch immer wenn du da liest jetzt nehme ich nicht mehr es wird mir so angezeigt ist aus dass es noch sehr nah an uns dran aber ich glaube das war wunschdenkend oder ist einer an der decke und er kommt gleich von oben rein vorsicht ich habe das tor aus dankeschön oder rechts ist mich diese auch dieses andere haus mal rein kann mit dem kühlschrank benötigen energiequelle um nehme ich das haus das andere haus wenn ich will trotzdem rein und du hast stimmt man kann es nämlich dinge claim ein bisschen weniger ich bin bei der stadt gerne ich bin tot ich auch ich dachte mir wäre noch bei mir was durchmacht so viele leute ich habe keine sache ich bin schon lange nicht mehr damit ich habe ja nicht mal eine waffe jungs weil ich ja gestorben war online verkauft ja eigentlich hier bei mir ist das war ziemlich mies ein versuch noch ich kenne ich kenne es ja wie es aussieht wenn da waffen hängen da waren wir auch noch so das blaue drumherum war da nur ich meine zweiten knochen man kann trotzdem reingehen glaube ich auch wenn das blaue nur da ist ich hab ich habe immer nur das blaue da ja nein da hängt doch immer eine waffe ja aber nur wenn man angeht achso nicht zwangsweise bei dem claimer gerade eben auch nur das blaue ich also ich habe f gespammt ich weiß am anfang vielleicht sogar besser einfach die piste zu verwendet man glaube ich jetzt mehr punkte raus ja ist ja gut jetzt und wir haben uns am anfang noch gedacht das ist bestimmt so ein apokalypse geräusch einfach nur so einfach den bus dieser bus aus dem bad kommen welche so sind die teile mail ich habe schon alle gesammelt das ist wenn es nicht zu genagelt ich habe versucht zu schießen ja die sind einfach nicht gestorben das teil was hier im raum ist es sieht aus wie ein bus ist nämlich so eine zum wegschieben von den zombies wir kommen hier raus ohne dass man ohne dass wir bezahlen müssen stark okay jetzt die paar punkte kurs auf ich fühlte es in swiss und bus das ist wie die erfindung von johnny leute ich bin drin und ich komme nicht raus 1 und ich habe auch nicht mitgenommen die tür auf ich habe einen teil auch nicht mit ich bin tot sehr gut johnny wie sie keine angst haben die neue eingang den wir uns gemacht hatten jetzt wieder zu dem das zeug der weile wieder weggenommen ja johnny ich war auf der anderen seite ich kann ja mach einfach die tür auf er schafft das ja nicht nuken nuken gibt keine punkte auch richtig nimmt das ding mit übrigens nicht weiter du kannst ja die wir sind alle da okay ich hab meine zeit nicht mit rumheulen verschwenden ich habe direkt eine neue geholt johnny was ist mit mir das ist nicht nuken Platz in diesem bus wir haben nur nahrung für drei leute nein nein ich habe diese waffe gekauft die brauchst du ich weiß nicht wir können doch einfach die Waffe von dir nehmen das stimmt daran habe ich nicht gedacht die knarre ist langsam leer so noch ein paar punkte und ich kann mir die pistol hier gönnen weiß nicht wie viel ich schießen will während wir nur bus fahren ehrlich gesagt nicht zu viel ja ne ja zusätzlicher teil erforderlich stand bei mir oh wir hatten das da oben zugemacht essen ist da ne das ist das war die ganze Zeit zu das hatten wir uns für mich kaputt gemacht vorhin ach so ich habe mir die tür ausgegeben jungs auch wenn ich weiß warum ich überhaupt das geld ausgehe weil wir sowieso nur so kurz hier sein Leute da kommen brennen da aua aber hier liegen keine teile rum ne doch wie der gespritzt hat ich habe mal eingegangen liegt eins lag vorhin eins ich habe ja vorhin eins mitgenommen es lag einfach am boden weil das sind bestimmt noch upgrades für den Spielbustern ne es war auch wieder nur so ein Stein der hier lag oh ich wünschte ich hätte genug punkte für die scheiße MP oh hier ist so ne Tür wo man rein kann hier im Nachbargebäude für 57 äh Jungs wollt ihr mal eine hat jemand Punkte für die Speed Cola wollen wir uns mal anschauen das ist Speed Cola keine Ahnung ich habe keine Punkte leider ich habe eine 200 kostet 3000 ok ok alles klar ja dann habe ich meine ich habe die Turbine wieder weg gemacht ich bin tot ja schön für dich ich bin tot ich bin tot unterwegs maiv maiv mhm wieso liegt der denn dahinter wie kommen wir dahinter der 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 Bus hat gehoopt ich weiß der fährt schon nicht ohne uns Jungs ich bin drin Jungs 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 der Bus fährt Jungs nachgeschoben hat das war gar nicht nett ja ja der hat so einen Kuhschubser vorne vorhin trat ja der Bus der fährt schon nicht weg ja ja du warst ja auch drehen du bist eingestiegen du wirst gestiegen was der losfährt er wäre auch so losgefahren ja der ist auch schon mal so losgefahren ja aber nicht jetzt gerade so wir gehen diesmal wieder in die Scheune okay keine Experimente mit dem Klohäuschen ich sollte Angst mit Zombies haben aber vielleicht will ich Experimente mit dem Klohäuschen machen dann mach das in deiner eigenen Freizeit aber nicht jetzt okay man kriegt nicht immer was man will oh kein jemand Fully du hast die Punkte um die Tür zu öffnen manchmal muss man für die Gemeinschaft einstehen ich glaube du bist der einzige der die Punkte hat um das Scheunentor zu öffnen okay ich werde die Scheune öffnen und dann verstanden er hat Scheune gerufen ist offen Dankeschön wie viel kostet das war gar nicht so teuer ja ich brauche jetzt einiges an Punkten ich werde jetzt mal in den ersten Stock hochgehen Punkte Jungs denn da oben ist man relativ sicher beim letzten Mal kamen hier so viele Zombies warum jetzt nicht ja weil die Runde jetzt erst anfängt ja oh hier ist noch ein Automat Double Tap 2 Doppelfeuer Malzbier kostet 2000 Malzbier? Malzbier irgendwas mit Malzbier oder? was liegt da? maximale Munition ja let's go aber wie gesagt Munition hätten wir vielleicht ein bisschen schauen können aber das ist okay nein nein ich habe die echt gebraucht jetzt okay er hat es wirklich gebraucht ich habe es wirklich gebraucht mir geht es mit dem Malzbier ganz ähnlich der ist meistens für euch jeden Tag sonst ertrage ich euch nicht wir sind eigentlich so getrennt voneinander ich bin doch im ersten Stock oben ich würde eigentlich sagen dass das ganz gut ist ne bisschen aufteilen ist noch jemand oben außer mir gibt es halt nicht viele Wege wie die Zombies zu einem kommen oh Gott da sind Zombies ja wir sind beim Bus Johnny und ich ja besser ist alter Schädel Wollt ihr geschädelt werden? oh shit aber der stirbt Doppelte Punkte oh Doppelte Punkte und Schäde aber da ist niemand mehr scheiße Nuke nein wir hätten noch wir wollten die Punkte da waren wir gar keiner da war doch niemand ich hätte fast genug Punkte für ich hätte genug Punkte für Doppelfeuer fährt er jetzt los der hat doch nicht mal der hat doch noch nicht mal gehupt er hat das Gefühl der fährt gleich los ich glaube er hat noch nicht gehupt egal ich geh jetzt hoch ich höre mir das Doppelfeuer ich höre hier auf jeden Fall Zombies ich glaube der kann schon Schmerzen der rennt ich höre Schüsse das ist immer sehr beruhigend Schreiner? ich habe alles repariert kann das sein? ja ich habe gerade was repariert aber ja das war wohl nicht nötig ich habe mir meine Doppelfeuer Doppelfeuer Malzbeer gegönnt ich bin doch fuck ich bin ein bisschen überfordert der Zombie macht eine Barrikade kaputt obwohl die äh eigentlich außen rum ja fuck ich kann halt jetzt auch nicht wirklich zu euch runter ich versuch's ich versuch's gib mir Rückendeckung gib mir Deckung Vito ich bin da Jungs als ob er jetzt fährt hier ist noch ein Zombie mit drin Johnny rein da ich bin in die falsche Richtung gelaufen ich bin fucking tot ich bin tot der Zombie ist tot ja ich bin tot nein ich bin falscher Ausgang aus der Scheune rausgegangen Morgi hat den Südausgang genommen oh nein naja da rennen sie naja haben wir grad mein Doppelfeuer gekauft hab mich ziemlich gut damit gefühlt aber naja wir waren noch nie so weit oder? und wie hat dir denn das Spiel geschmeckt? doch ja war ganz lecker dann bin ich gestorben naja da hinten liegt Morgi Morgi ah das ist ja ein Zombie hier ist so ein Maisfeld ich möchte auch sagen ich bin ein bisschen enttäuscht dass niemand irgendwie bei mir oben war das ist okay wo du ich kam da denn rein ja ich bin über die ich will die Barriere zu machen Johnny war bei dir ich war in der Scheune unten zum Schluss oh Gott warum bin ich den falschen ich bin halt rausgerannt dann hab ich gesehen dass da auf einmal überall Zäune sind und ich dachte mir oh Gott oh das lag an mir die hab ich repariert alle ja das macht keinen Unterschied ich hab den Schreiter eingesammelt weiß ich ob das was geändert hätte so das Problem ist jetzt ich werde jetzt eine große Last für euch sein weil ich eine normale Pistole nur hab ich hab auch nicht genug Punkte um die da oben zu kaufen erst dann musst du wieder leben oh fuck ja wenn ihr die Runde übersteht bin ich wieder zurück jetzt sind wir raus oder? ich hab die Johnny POV gerade sieht gut aus Klohäuschen danke man Granaten existieren du kannst dich auch ein bisschen in der Hand lassen bevor du sie wirfst jetzt ist natürlich maximal Munition da wenn ich mir eine neue Waffe kaufe Johnny ich will nicht ich will nicht nur entspannt sein aber du kannst dich einfach zu Munition in die Menge von den Zombies reinrennen doch du siehst das ist gar nicht ich hab's grad gemacht ja aber du solltest nicht wo sind die Waffen? da ist was hier ist ne Waffe das war doch gut 1200 gönne ich mir da kommt ein großer so können wir hier irgendwo rein oder so? äh ich hab nichts gefunden bisher äh es gibt das Klo heute es geht weiter easy kein Problem ich glaub wir brauchen nicht vorhin ich komm wir fahren wir fahren uiuiuiuiui ok gute Arbeit Jungs hat jemand aus dem die AK geholt? ich hab die geholt scheint sie mich gut zu sein ja Journey ist ne gute Waffe mach dir Notizen ich hab's aufgeschrieben hol sie dir einen TTT einen TTT sind ich mein da gibt's die AK-74 nicht da gibt's nur die 47 ich glaub die haben wir auch nicht mehr ne die haben wir auch nicht mehr ja schade gibt's dir auch so Spray und ich muss stehen bleiben um zu schießen wie bei Counter-Strike oder? du musst auch dich ducken bevor du springst und du höher springst 1000 Punkte das heißt ich kann die Piste ist nicht mehr hier doch da ist sie doch hier ich hatte schon kurz bisschen Angst der hat mir grad Schaden gemacht ich pisste es halt so dämlich gut sie ist halt wirklich stark oh Gott da sind noch so viele Zombies hinter uns ja scheiße oh fuck wir sind da wir sind so viele Zombies hinter uns wir sind wieder am Anfang oder? tatsächlich ich glaub wir sind zu Hause ne es sieht nur ähnlich aus ne es sieht nur ähnlich aus willkommen zu Hause Björn willkommen zu Hause easy wir haben doch eine AK ja die Piste oh Schädel ohhhhhh ich komm nicht hoch ne kommen wir nicht rüber wegen Feuer ne ja der Schädel nicht einsammeln? na ich komm nicht hin was bringt der Schädel? oh hier ist ne Tür die man der Sponge hat da ist ne Tür die kostet aber 1000 ihr habt doch ein bisschen ja wir haben genug oder? ich hab auch ja wir haben genug oder? hier waren wir schon einmal ach hier ist das gewesen mhm okay gut dass wir hier drin sind erstmal weil der Tresor braucht man Energie oder? wir können rüber zur Bar wir können rüber zur Bar Leute komm komm rüber zur Bar ich bin unterwegs bin unterwegs ich bin hinter dir gebt dir Deckung Vito ja ihr brennt alle gebt mir Deckung Vito hier gehts hoch ich bin oben jeder brennt einfach wir werden alle den Bus verpassen oder? ne da kann man einfach runterspringen wenn keiner einsteckt dann wartet der ein bisschen länger da ist Munition draus wird Munition soll ich hier die Menge rennen und sie holen? hinter uns ja bitte mach mal Johnny lauf der brennt ich brauch das nicht ich brauch Munition au yes Hilfe genau im richtigen Moment Hilfe oh man Messern bringt gar nichts mehr an dem Punkt ne Messern ist an dem Punkt ein Fehler ja ja nur bei Insta-Kick kann man es machen ich hör'n fuck von Moggy gehts dir gut? ich lebe ich lebe ich lebe ich bin down Vorsicht du bist ja wieder down fuck da hat der eine kaum angekrabbelt Maeve hinter dir Fully 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 hier sind ein paar oh mein Gott die kommen sogar von oben runter scheiße ach du scheiße ich hab keine Munition mehr ich kann nur noch Messern oh Gott ah ich hab's versucht ich hab's versucht auf einmal so viele da in den Eingang wie soll man das wissen? ausgeglichen Maeve hey Maeve was ist da los? oh viel Wiederbelebung damn warte hatten wir alle gleich viel? ja wir hatten alle gleich viel ja alle Maeve mich ne alle guck ich mal lieber Fullys Rang an ja Moment 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 warum? Fully hat immer am meisten Kills und der hat am meisten Punkte aber er kriegt nicht in den Rangaufstieg nee was soll das? das ist halt nicht wenn die Statistik abhängig ist sondern vom Skill ja ich glaub auch absolut Maeve und ich haben genau gleich ach ne ne ich hab 2000 mehr nicht so gut oh Maeve so wenig hier das ist komisch danke Johnny dass du es so erwähnt ich hab's noch gar nicht falsch gesehen das muss ich nur absagen gut dann würde ich sagen das war doch spaßig das war super spaßig wir sollten noch ein zwei Runden machen vielleicht können wir dann weiter vielleicht sogar eine andere Map jo dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen das war ein bisschen Black Ops 2 Zombies bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss